Hallo, hier ist wieder Dr. Psi. Wir beschäftigen uns heute mit der Helligkeit und der Entfernung von Sternen von der Erde. Dabei begegnen wir unter anderem Begriffe wie Parsec, Parallaxe und Lichtjahr. Beginnen wir also mit dem Erscheinungsbild der Sterne. Blicken wir in den nächtlichen Sternenhimmel, so erscheinen uns einzelne Sterne unterschiedlich hell. Ein physikalisches Maß für den von unserem Auge registrierten Lichteindruck ist die sogenannte scheinbare Helligkeit, klein m, bezeichnet. Also die zur Erde gelangte Strahlungsintensität eines Sterns. Als Einheit für m wird von Alters her die Größenklasse verwendet. Dazu schrieb man zum Beispiel für die hellsten Sterne zum Beispiel 1 hoch m. m war die scheinbare Helligkeit. Und die schwächsten, gerade noch mit unserem Auge, sichtbaren Sterne mit 6 hoch m. Später erweiterte man die entsprechende Skala dann um negative Werte, natürlich dann zwischendurch die Null und auch Zwischenwerte. Schauen wir uns mal einige Beispiele an. Und zwar in dieser Tabelle, die wir hier sehen. Dort finden wir auf der einen Seite Himmelskörper und auf der anderen Seite die scheinbare Helligkeit. Diesmal also nicht nur mit ganzen Zahlen, sondern auch mit negativen Zahlen. Und irgendwann wird ein Stern auch mit der scheinbaren Helligkeit Null bezeichnet werden. Wir beschränken uns hier nur auf einige Sterne. Schauen wir mal die ersten drei Sterne, also den Sirius, Riegel und Polarstern an. Das sind Fixsterne. Die haben hier die entsprechende scheinbare Helligkeit. Und die beiden anderen Einträge, das sind Planeten, Venus und Mars. Und diese variieren natürlich, sie ändern ja ihre Intensität durch ihre Bewegung. Jetzt kostenlos testen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.